Drei Banküberfälle. Nichts gestohlen. Was übersehen wir? Du hast mir heute gefehlt. Das ist nicht gut. Wir werden hier zum Narren gehalten. Ich habe heute einiges getrunken. Was zum Teufel ist los mit dir? So wie du aussiehst, hattest du wohl einen langen Tag. Ja, Reykjavik ist keine unschuldige kleine Stadt mehr. Noch einen. Reykjavik, er ist wieder da. Hallo Reykjavik. Wie wird er arbeitest du? Das Stadion ist voll. Wir müssen das evakuieren. Halli, mein Freund, wenn die Bombe dich nicht umbringt, dann tu ich es. Es sei denn, du hältst endlich deine scheiß Risse. Ist das etwa eine Träne? Ist es warm? Du hast mir den Finger gebrochen. Du kannst den hier haben. Du hast eine Frage über dem Plan von dem morgen? Ist es etwas, das nicht klar ist? Also im Grunde alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017